Herzlich willkommen zu dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von VR-Brillen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Brillen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die MetaQuest 2. Mit seinem ultraschnellen Prozessor und dem hochauflösenden Display bietet das MetaQuest 2 eine reibungslose Erfahrung, selbst inmitten von High-Speed-Action. Das bedeutet, du kannst dich vollständig in virtuelle Welten vertiefen und sie so hautnah erleben, als wärst du wirklich dort. Dieses beeindruckende Gerät bietet räumliches 3D-Audio, Hand-Tracking und haptische Rückmeldungen, die deine Sinne auf eine völlig neue Ebene heben. Egal, ob du dich in einem spannenden Gaming-Abenteuer befindest, in einem Horrorfilm steckst oder in einer innovativen Arbeitsumgebung zusammenarbeitest, du wirst jedes Detail spüren, als wärst du mittendrin. Die Auswahl an über 250 Titeln, exklusiven Blockbustern und einzigartigen VR-Erlebnissen ist schier endlos. Du kannst in fantastische Universen eintauchen, unheimliche Horror-Abenteuer bestehen oder mit Freunden in Social Spaces und Multiplayer-Arenen Live-Events erleben. Was am MetaQuest 2 wirklich beeindruckend ist, ist die Freiheit, die es dir bietet. Dieses kabellose Headset bietet eine intuitive Steuerung, eine integrierte Batterie und eine einfache Einrichtung, sodass du dich völlig frei in der Welt der Virtual Reality bewegen kannst und das alles ganz ohne einen PC oder eine Konsole. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die VR-Brille auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Pico 4. Das Pico 4 ist superleicht, mit einem Gewicht von weniger als 300 Gramm. Das Pancake-Objektiv-Design hat es möglich gemacht und das bedeutet, du kannst stundenlang spielen, ohne müde zu werden. Kein schweres Gerät mehr auf deinem Kopf. Jetzt, worauf du dich wirklich freuen kannst, ist der 4K Plus Supervision Display. Mit zwei schnellen LCD-Bildschirmen bietet das Pico 4 ein Sichtfeld von 105 Grad, das dich mitten ins Geschehen versetzt. Die Grafiken sind gestochen scharf, die Farben lebendig und du wirst jedes Detail deiner virtuellen Welt genießen. Du kannst den Pupillenabstand präzise zwischen 62 und 72 Millimetern einstellen und das alles bequem über das Einstellungsmenü. So wird das Pico 4 perfekt an deine individuellen Bedürfnisse angepasst. Aber das ist noch nicht alles. Das Pico 4 bietet dir universellen Schnellzugriff, wo du ihn brauchst, wenn du ihn brauchst. Mit Pico OS 5 kannst du in Echtzeit mit deinen Online-Freunden interagieren und auf über 250 Apps und Spiele im Pico Store zugreifen. Es war noch nie so einfach, in die Welt der virtuellen Realität einzutauchen. Alle weiteren Infos zu dieser Brille kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die Meta-Oculus Quest Pro, vorstellen. Die herausragende, ausgewogene Ergonomie und das bisher schlankeste Design sorgen für maximalen Komfort. Du kannst dieses Headset länger tragen, ohne dich unwohl zu fühlen. Das ist ein großer Vorteil, besonders wenn du lange Arbeitssitzungen oder Gaming-Marathons vorhast. Jetzt, hier kommt das beeindruckende Feature. Mixed Reality mit hochauflösendem Pass-Throw und Vollfarbsensoren. Du kannst deine Umgebung sehen und mit ihr interagieren, während du in der virtuellen Welt arbeitest, spielst und Freunde triffst. Die Meta Quest Touch Pro Controller sind ein weiteres Highlight. Sie übertragen deine Gesten und Fingerbewegungen in VR und sorgen für ein absolut realistisches Gefühl bei virtuellen Interaktionen. Das ist eine ganz neue Ebene der Immersion, die du erleben musst, um es zu verstehen. Mit Pancake-Linsen, höherer Pixeldichte, Local Dimming und Quantenpunkt-Technologie erlebst du eindrucksvolle optische Klarheit. Egal, ob du spielst, liest, Multitasking betreibst oder dich mit Freunden triffst, die Sicht auf die virtuelle Welt wird dich beeindrucken. Das Meta Oculus Quest Pro ist nicht nur ein Produkt, es ist ein Werkzeug, das dein Leben bereichern kann. Wenn du bereit bist, in die Welt der Virtual Reality einzutauchen, und all diese Möglichkeiten zu nutzen, dann ist dieses Headset definitiv einen Blick wert. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen VR-Brille. Eine große Liebe! Bis zum nächsten Mal.